Willkommen zu einem weiteren Gruß aus der Christuskirche in Landshut. Heute habe ich für Sie Variationen über ein bekanntes Kirchenlied mitgebracht. Unser bekanntes Kirchenlied, Geh aus mein Herz und so befreut. Der Verfasser ist der Paul Gerhard. Er hat einen sehr blumigen, farbigen Text geschrieben. Er spricht von den Bäumen, von der übermütigen Lerche, von der Glucke, vom schnellen Hirsch, von den rauschenden Bächlein. Und dies alles wird bei dem folgenden Stück musikalisch umgesetzt. Der Komponist ist diesmal Gottfried Fischer. Nicht zu verwechseln mit Gotthilf Fischer. Der Komponist ist der Gottfried Fischer. Ein Kollege aus dem Raum Dresden, der sein Stück überschrieben hat mit einem musikalischen Scherz. Und als Untertitel geschrieben hat, wenn Mozart, Geh aus mein Herz und suche Freude komponiert hätte. Das heißt, wir hören jetzt gleich ein mozertliches, mozertlich gefärbtes Stück in verschiedenen Variationen über Geh aus mein Herz und suche Freude. Geh aus mein Herz und suche Freude. Das heißt, wir hören jetzt gleich ein mozertes Stück. Das heißt, wir hören jetzt gleich ein mozertes Stück. Das heißt, wir hören jetzt gleich ein mozertes Stück. Amen. 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 Amen.